It's time for World on the Ground Wrestling. A Slowenien wird da! Slowenien war eher eine österreichische Kolonie, so passt das ja. Na ja, sieht man ja. Gut ernährt in Österreich. Blonde Hohen hat er auch. Ja, ein echter Slowene. Das muss der Jamsson, die ist eine Kaserbe, eine Slowene. Okay! Genug gescherzelt. Ja, der war aufgelegt, sorry. Na, die hast Celina Bauer, die ist auch nicht verheiratet. Jugo Bauer! Jugo Bauer! Jugo Bauer! Jugo Bauer! Das ist echt so. Jugo Bauer! Der Standard hat nicht so viel Material in so einer Kamera, das geht sie nicht aus. Jugo Bauer! Nicht eurer Jugo sind Bauern! Also was sagt ihr, wieso genau? Bist du Bauer? Jugo Bauer! 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 Meine Brut und Schwesters, ich will nur noch was sagen. Ihr zwei Quasperlen, ihr habt gesehen, was Sache ist. Ihr könnt so viel labern, was ihr wollt gegen mich. Was sagt die Frau? Du hast schon gut gehört, was ich gesagt habe. Wurst. Aus jetzt, ich will weiter machen. Der Referee waltet seines Amtes, so wie er das heute so perfekt getan hat in den letzten vier Kämpfen. Drei. Gib ihm ein, ich ist eine Chance. Scheiße. Huuu. 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 Achso, gut. Huuu. Kann er mich loslassen? Oh, die sind heiß. Ja, wie es auch heißt. Huuu. Es ist ein Kampf, ein Wrestling-Kopf für eine Unterschlägerei. Huuu. 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 Also wenn Sie jetzt das mit dem Mädel und so, dann bin ich heiß. Ja, ist kein тех eben. Da waren noch nie alle jeden Kehler. Also ein bisschen mehr Respekt vor deinen Gegnern, nicht einfach so wegwerfen. Reryl verteidigt die österreichische Ähre gegen diesen jugoslawischen Macho-Zirkast, wie er immer. Junker Power! Also Mike Reis holt er das nicht aus. Aber der Rebel ist ein anderer als Kick, der drückt das durch! Der Rebel ist nicht umsonst Champion, der hat er tatsächlich zurecht getät. Oh oh! Oh 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 oh! Schön rausgedreht! Ha, das war ein schöner Torwart, der holt den Griff fest! Klasse! Enkellock! Enkellock! Au au au! Oh Torwart! Nein, er los nicht los der Jugo! Ja, und sonst ist der Rever nicht, Jey! Der jugoslawische Pickpult hier wird ihn! Ah, jetzt ist er gelungen! Jawohl Rever! Oh, schon ein blablabla gut! Ich glaube, da ist der Gewichtsunterschied ein bisschen schwarz groß! Oh! Das hatten wir heute schon zwei! Ah! Und der Champion wird angezählt! Drei! Jugo! Vier! Jugo! 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 Sechs! Ich glaube, das ist der Rever nicht, Jungs! Jugo! Ich glaube, das ist der Rever nicht! Sieben! Sieben! Sonsten, die Hebe! Hufzun! Ja! Ja! Oh oh! Ah, wo ist der Kemp, ha? Wo? Ha! Rassisters! Rappel, aufgabe! Ha! Rassisters! 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 Ja! Sehr gut gekontert vom Preis! Ha! Ist nicht aufs节 가! Na, das ist Regelmanenkultur! Radstoff! Augenlang çalch! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Jetzt ist ein Rebel-Dog, was er sein möchte! Zwei! Drei! Eins! Flying Body Brass! Hey, bis 20 muss die Tempo wieder auf der Matte sein! Nein, ich bin der Rebel-Hass! Der ist auf der Matte! Zwei! Zwei! Drei! Der Jugo wird angezählt! Vier! Fünf! Sechs! Fünfmal auf der Kampfer! Sieben! Acht! Der Jugo ist nicht unschlau! Ja, warte, er nimmt sich die Zahl! Oh, schön gekontert! Alter, was haben wir da? Das ist kein Kung-Fu! Das ist Rest-On! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Jetzt ist wieder Champion am Boden! Austrian Rebel wird angezählt! Vier! 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 Der Jugo unterbricht! Oh, 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 oh! Wow! Knapp über 90 Kilo! Also, plus! Oh, oh! Oh, oh! Uh! Perfekter Jugo, wie gelenkig er ist! Er wird angezählt wieder der Champion! Drei! Vier! Vier! Fünf! Du bekommst das so ein helliges Schesser! Sechs! Fasten und spannend! Voll los modieren! Oh, Bitte, learse mitgek Glenn! Bestία, die mode, hohe! 확ännungsvoll! Vier! Vier! Er wurde bei einem Lego-Flip-Flop von Jugo! Was? Vier! Beiß eine gute Ausgranne! Nein, nein, das kann noch nicht sein, das ist klar. Fuss damit auch schon wieder aufpasst. Das ist ein blcher, das ist ein blcher, das ist ein blcher. Jugo! 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 Ich kippe den Rivergast. Jugo! 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 Das tut sogar ein Jugo, weh. Ja, das... Kann ich nur reinkommen. Jugo for President! Oh, ein Facebuster! Jugo for President! Jugo for President! Jugo for President! Ja, weil du als Facebuster sagst, ein Jugo hat nicht kaponiert. Das ist ein... Kapitänpasta ist ein Facebuster. Jugo for President! Jugo for President! Jugo for President! Jumo im Heilungshof! Ha 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 ha! Jugo! 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 Jetzt Paft das Reizehnheide. Jugo for President! Drei, vier, fünf, sechs, ja weiter geht's, hallo, oje. Letta, letta, oh, European Africa. Drei, vier, fünf, sechs, ja, eins, sieben, acht, neun, zehn, acht, elf, zwölf. Du hast auch gemacht, ich glaube, mein Vater hat er nicht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, da ist er wieder, neun, weiter geht's. Noch ist er nicht ganz grau, er ist noch halb grau. Jetzt, rebel, jetzt muss er dranbleiben. Zeig uns, ich war in der Wuchs! Jugo, Flugo! Follower, Slam! Oh, das war Side-Slam, aber ... Jugo im Boden, Rest-Kanzpense, zwei, drei, 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 drei. Oh, dritt in den, in der Unterkopf. Aber wie gesagt, das war eh ein dritt ins Leere. Das stimmt, ja. Oh, oh ja, Jugo Conta. European Abacard. European Abacard Nummer 2. Fausschläge sind verboten, Referee. Ich bin nicht, wenn ich dir das sagen muss. Ja, der Referee kann alles mitgehen. Oh, super. Beide sind kaputt. Zwei, elf Minuten Kampfzeit. Drei, fünf, sechs, sieben. Wo sind die Rebel-Fans? Ja, Beide steigen dann wieder. Schickt am Hau. Oh, oh, oh. Ein schöner Job. Also, ähm, ja, ein Knie in die Niederreie, ein Tripper auf den Koks. Ja, der Rebel hat Kampfsport, der Hintergrund, das sieht man sofort. Ja, bei der Klosan bleibt der Jugo stehen. Bei der bleibt der Anna stehen, aber viel fällt nicht mehr. Na ja, so bleibt es natürlich auch. Ein schöner Tag, Darwitz. Und wieder mit der Jugo eingehen. Zwei, drei, vier, vier. Das beste Kampfer, wer ever besitzt. Fünf. Fünf. Sechs. Tschinno. Tschinno. Also, Einsatz vom Camel Clutch bringt er den zusammen. Ah ja, er bringt einen zusammen. Camel Clutch, ist das die Aufgabe? Wie und da gibst du auf? Keine Aufgabe. Keine Aufgabe. Keine Aufgabe. Ja, aber das tut ihm weh. Schmerz verzehrt ihr Gesicht. Keine Aufgabe. Ja, da ist der Rebel, der Stürzow weiß. Oh, das tut weh. Ach, schon wieder ein Egglock. Aber schön gekoppert. Ah, übrigens heiß. Reichter, 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 reichter. So, ein Hüttel gegen die Wand. Oh, der war daneben. Oh, noch gesessen. Oh, hättbar. Ja, aber ich kann da sagen, das macht ein Rebel. Was ist das, schulsal? Ölijk auf, sich bis auf Kiel kam doch. gutwache, jetzt kommt das Wassehe cycle. Fallthold Seele 3x. B jed ab, das war insドン. Warthold Heiliger. 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 Was ist da los? Was ist da los? Wo ist er? Wo ist der? Komm, komm dich auf! Das ist der Brink! Aus! 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 Siege dieses Kampfes! Durch Disqualifikation! Mirko! Aber später hin am vierten Österreicher Kampion! Austrian Redder! Regen ключ, Regen precis, Regen, Regen. Regen Vers coins, Regen. Regen wird nach Kurzurchsinn! Regen wird noch eine Glocke in die Gräbu. Schnell beij von Regen, Squ� Stra uh! Schnell beij! Sieg regres hier! Sieg dreien vom Regen zu. Hab die Ministransficat, was ist der assum? Was bist du dann für ein Schiri? Was ist das hier denn für ein Schiri? Okay, ähm, ja. Sieger ist Mirka, aber weiterhin aktuell der Champion ist der Rebel. Wer ist dieser Pranker? Was ist das für ein Name? Pranker! Also, eines ist klar. Da ist das letzte Kapitel noch nicht geschrieben. Mirka und Breaker! Mirka, die Leute wollen wissen, was du zum Breaker sagen willst. Meine Brüte, die Schwestern, schaut euch diesen nicht stumm an. Ihr habt mir eine voll verpasst. Ich schau, was passiert ist. Ihr wisst ja noch immer. Pranker, du Scheißkind. So zu dir leben. Nächstes Wort, kommst du mit der Leiter, oder was? Ich glaube, du hast vergessen, wer ich bin. Wer geht? Wer geht? Der Zerreger, Kundeleger. Ich glaube, ich wöge das, was ich gesagt habe. Baut immer, sagst du! Ich komme nie wieder Gorilla! Es ist très, 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 très. Wasp spouses? Der ultimative Lady Killer! Die Nummer 1! Der King! Philotta King! Juga! 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 Bekommen also niemand geber ihm als König. Wird gena senza jede und aggothat wieder wie ein Gott. Wie ist die warum? Wie ist die zwei warum? Weiß die ganze mehr und mehr warum? Ja, nicht! Ja, Jürgen! Es ist Zeit für World on the Ground Wrestling.